So, hallo, dass ich willkommen zurück zu Let's Black Attack Simulator 2 und ihr habt gesehen, es kam schon wieder nix. Das Liga war dann nicht, aber ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich noch Videos habe, äh, keine Videos mehr habe. Ähm, ja, aber das vergesse ich jetzt auch ganz ständig, wenn er wahrscheinlich gleich heute Abend das Video hochladen und, ja, mal gucken, was für einen Auftrag wir annehmen. Ich könnte natürlich den Bild machen, der am wenigsten bringt, 14,11 Euro und hier 21, das ist schon ein Unterschied, ne? Ähm, ich guck mal kurz, was ich suche hier als Maxima. Du kannst du dich sagen, dass 10.000 der Maximalpreis ist, ich muss doch ein bisschen mehr bekommen. Gewichterladung? Oh, danach kann man auch sortieren. Schwerste von 20 Tonnen. Na, doch 3.000. Okay, wir machen natürlich den Preis pro Streckeneinheit. Ähm, das befolgt ziemlich viel. Ah, das sind wir schon mal gefahren, das ist Landstraße, das nervig. Okay, den hier. Sollte über Autobahn gehen. Ist, glaube ich, ganz gut. So, natürlich werde ich die normale Angst, das Spiel gleich abkackt. Naja. So. Hand machen. Aufleger haben wir gleich drauf. Und los jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die Steuerung noch weiß. Ich glaube, das Spiel ist schon so lange nicht mehr gespielt, ne? Ja, toll. Hauptsache erstmal ne rote Ampel, was denn auch sonst? Ich glaube, wir kommen auszuschalten. Wenn man jetzt tatsächlich zum Blut hinten hinfährt, damit man mal ein Auflieger nicht durchkommt, dann werde ich aber sauer, Leute. Na, wahrscheinlich nicht, aber ich sag's einfach mal. So, das ist jetzt auch, wenn ich richtig geguckt hab, die... Ich sollte nicht so viel nach hinten gucken, genau. Deswegen, ähm, die siebte Folge. Das ist schon mein Anfang, dass ich von irgendwas 17 Folgen mach. Oh, ja, so überholen wir mal, der ist jetzt langsam. Der Klick geht ja von alleine aus, so. 50 davon fahren. Fahr noch richtig. So, hier ist der Kasse schrecktisch vollgestellt. Ja, ha, 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 Motorbremse. Also, äh, auch gar nicht, hätte ich halt nicht gebraucht. Und hat Bramse eigentlich auch nicht. Einfach reflexisch leer, dass der, weil es sonst immer anbremsen ist. So, hier können wir die Lampen... Äh, die Lampe genau. Ja, hey, wir gucken auf Lampen, um zu sehen, weil wir... Indirekt sind es ja irgendwie Lampen, oder? Wer allerdings auf Ampeln. Ja. Eindeutig Ampeln. Also, das, da liegt, sieht ja irgendetwas komisch aus. Hm, so, was transportieren wir denn eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas, von dem ich keine Ahnung habe. So, fahren wir auf den Auslandsicht, da können wir uns die Weltwiese angucken, auch wenn ich die hier noch nicht so geil finde. Also, ich meine, ja, zu dich ist geil, ähm, aber es gibt um einiges bessere Orte. Muss einfach mal gesagt sein. Das ist eben so, ne? Du könnt jetzt auch niemandem was dagegen sorgen, das ist eben einfach so. Und... Ah, jetzt wollte ich irgendwas, ich dir sagen hab, ich hab vergessen, scheiße. Ach, genau, ähm... Okay, das vergessen, ich geb's zu. Ähm, ach ja, wie's jetzt eigentlich aussieht mit dem... Let's Play, wird es danach... Äh, end, sobald wir unser erstes LKW haben. Vielleicht würde ich irgendwann nochmal weitermachen, bis ich, ähm... Wir haben ja erst angestellt, da wurde so, keine Ahnung, kommt auf an, wie das in Zweiter ankommt, wenn das einfach gar nicht mehr ankommt und auch gar keine Aufwärmung mehr kommt. Jetzt dann noch den kleinen Rest. So viel ist das ja nicht mehr, das geht jetzt immer schneller, ne? Ähm, ja, dann bringt das einfach nix, ne? Besteckt mal dat, versteht ihr? Und ich weiß auch gar nicht, was jetzt nächstes mach ich. Hm. Ich würde überlegen, ob ich das gleich machen soll. Aber ich bin mir noch nicht sicher, weil das ist eigentlich überhaupt nicht mein Spiele-Typ. Naja, mal gucken. Oder was heißt ich noch zur Auswahl? Ich hab keine Ahnung, müsste ich jetzt nachgucken. Battlefield 3 hätte ich noch zur Auswahl. Muss aber erst gucken, ob ich das auf Veteranen packe, weil die anderen schweißen ganz gerade, das sind mir zu leicht. Und Veteranen sind wahrscheinlich zu schwer. Und dann ist das irgendwie schlecht, ne? Ihr wisst alle, was ich meine. Ich weiß es ganz genau. Also, die zwei, drei Leute, die zugucken. So, wo wollen wir überhaupt hin? Wir fahren nach Leipzig. Und ich versuche jetzt auch immer wieder Verstrecken zu nehmen, die wir noch nicht hatten. Um einfach ein bisschen mehr von der Map freizuschalten. Nur, ne? Wenn wir bis jetzt 2,36% freigeschalten sind, das liegt natürlich auch dran, so, damit hier die Map noch ewig weit runter in Spanien und hier noch Nordafrika da, ähm, Dinge ins Land, äh, ja. Ne? Einfach, dass die Map so groß geworden ist. Das ist, weil es sich so weit ausgebreitet hat. Ja, da ist das schon etwas schwerer, alles zu erkunden. Ne? So, ja, sieht nach Autobahnstrecke aus. Was eigentlich ein bisschen schade in, ähm, Eurotag findet, ist, ähm, dass das nur so kleine Städte sind. Warum sind die denn so klein? Also, ich meine, man hätte vielleicht was Größeres machen können und sich mal ein bisschen durchnavigieren müsste. Okay, ich meine, ähm, das könnte dann echt im Verhältnis groß werden, weil im Verhältnis ist ja schon einigermaßen, ähm, also ich vermute mal einigermaßen realistisch. Ähm, na, ob das so realistisch ist, weiß ich nicht. Ich vermute jetzt einfach mal, wenn man jetzt hier irgendwie, ähm, den ganzen Teil hier statt hätte, hier drinnen, oder meinetwegen sogar noch weiter, meinetwegen hier alles statt, dann wäre das etwas komisch, wenn Nürnberg gleich bis zu München rangeht, ne? Also, das könnte schon seinen Sinn haben, damit die nicht über die mich zu mir sind. Ähm, da muss ich die komplette Map größer machen und dann dauert das alles viel länger rumzufahren und alles zehnmal so lang und scheiße einfach. Ja. Und das kommt davon, wenn man irgendwas sagt, ohne sich mal darüber Gedanken zu machen, ob es vielleicht Sinn macht, dass das, was einen aufregt oder halt nervt, überhaupt so. Ich habe vergesst, was ich sage, weil ich scheiße. Äh, also überhaupt Sinn macht, was man, äh, kritisieren will. Du kommst nicht an mir vorbei. Nein, du kommst an mir vorbei. So, der Sound müsste auch noch alles passen. Wenn ich dich vielleicht auch leise rede. Ne, auf jeden Fall nicht, ne? Man hat doch kein Hintergrundgeräusch. Ich habe mir ein ganz zweites Geschrei, wenn man ein kleines Schwierer in der Wohnung. Einfach nur hammermäßig nervig. Kann man nichts anderes dazu sagen. Ja, ne? Ich werde es nicht zwar wahrscheinlich auch mal wieder Fernfahrtenleveln, also beim nächsten Level auch schön kurz gucken, wann er ist. Nicht hier. Hier. So. Karriereentwicklung. Oh, oh, das könnte noch zwei Aufträge dauern. Ich sage schon, enthusiast. Weiß ich nicht. Was mir eigentlich auch gefallen ist, wir haben bis jetzt erst alle, äh, erst, was heißt erst? Wir haben bis jetzt alle Aufträge auf, ähm, perfekt abgeliefert. So, wir fahren mal 100. Steht hier. 80. Das Geräusch, das ich gerade gehört habe, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe oder so. Aber, das Geräusch, wenn man direkt auf den Zeitstreifen kommt. Ähm, ja. Ist eben so, ne? Hört sich beide Waren abends komisch an. Ja. So, kann ich wieder 100 fahren. Ich bin 275 statt 80 gefahren, aber ich weiß nicht. Vielleicht, ähm, Meckadar spielt ein bisschen um, wenn man mal so schnell fährt, wie man fahren darf. Ne? So, wenn man einfach mal fahren, so schnell wie ich Schilder sagen, ich darf fahren. Mal gucken, ob das funktioniert, ohne Strafzettel. Oder irgendeine Strafe halten, ne? Strafzettel auf der Autobahn jetzt weniger. Also, Strafzettel im Sinne von, äh, das ist ein Bergschädig gekauft, äh, äh, ja. Genau, ja, Strafzettel. Ja, da, da, das findest du auch, das findest du auch, das findest du auch toll von dir. Da werden wir fast in das Auto reingefahren, Mama. Ne, natürlich alles gut. Als jetzt, wenn ich hier den Ufer bauen würde. Ich bin noch der Euro Truck Pro. So, weil ich mit Tastatur spielen, das ist auch gar nicht schwer zu händlingen Dingen ist. Äh, wie heißt das? Handeln, oder? Handeln? Ich glaub, das heißt Handeln. So können wir mal eine andere Karteneinsicht einstellen. Was spielt die hier? Hier sehen wir auch sehr viel von der Strecke. Was einfach mal gesagt hat, es ist ja wirklich, ähm, ja. Nun fehlt es mir, wenn man es weit vor sich sehen will, was weit vor einem ist, zu blinken. So. Und das war's auch ein bisschen knapp. Ich hab wahrscheinlich ein bisschen die Maus verpackt. Ich versuch grad, ähm, ein bisschen mit der rechten Hand zu lenken. Und die rechte Hand auf WSAD und dann keine Hand auf der Maus. Dann mit der linken über die rechte drüber greifen, annehmen, aus und den Salter drücken. Ist nicht ganz so leicht, wie sich's anhört. Ja, okay, es ist eigentlich leicht, aber umständlich, wenn man jetzt denkt, scheiße, ich muss blinken, oder ich war das auch okay. Ich hätte auch einfach ohne blinken vorbeifahren können, aber das wäre ja langweilig gewesen. Alter, ich hab nicht, aber ich sag's einfach mal, Alter. Boah, ich würde mal noch heute, obwohl es ja schon 5 ist. Ja, ihr fickt der Schlafrhythmus, FTW. So, in 2 Stunden, guck mal an. Also, natürlich Spielstunden. Ich erwarte immer, dass ich so blöde Zuschauer hab. Also, jetzt ist es nicht gegen die allgemeinen Zuschauer. Vielleicht ist ja irgendwo ein Blöder dabei, der denkt, ha, gesaußig, sei ja noch ganze 2 Stunden zuschauen, bis es ja ankommt. Ne, da bist du kein Bock. So. Ach so, scheiße. Ja, ne, also, ist kaputt. Ah, Mama. Ja, ne, also, ähm, eine Nacht an die Nachwelt ist es schlecht, mit der Rechten an WSAD steuern zu wollen. Aber weil man dann die Finger nicht gleich auf den richtigen Tasten hat, dann ist alles verdreht, irgendwie. Man hat sich darüber nicht auf der Leertag, sondern die Leipfinger nicht auf Schifte, das ist komisch. Äh, wir gucken mal kurz, was passiert ist. Nein, dreiprozentig ist das so, wenn das nicht mein erster Perfektauftrag wird, ne? Oder ausgezeichnet Auftrag. Ich könnte kotzen, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. So, halbe Stunde Schauschule. Lol, jetzt ist wieder eine halbe Stunde rum. Okay, das geht harmlosig schnell. Also im Spiel, ne? Ist klar. Ich glaube, bei Eurotag 2, wenn ich das aufnehme, die Zeit vergeht einfach nur so krass langsam. Also im Sinne von, ich denke, boah, jetzt habe ich mir jetzt ein paar Stunden aufgenommen, ey. Das reicht wieder für hammermäßig viele Folgen. Äh. Was? Halbe Stunde? Äh. So muss ich das sogar vorstellen. Deswegen habe ich auch immer diese, äh, Hochladelücker, ne? Äh, weil ich immer denke, ach, ich habe jetzt so krass im Voraus aufgenommen, ey. Ich habe stundenlang vor dem scheiß Eurotag gehockt und habe da irgendeine Scheiße ins Mikrofon geplabbert. Ähm, das wird jetzt für die nächsten 50 Jahre reichen. Ne? Irrschenvianisch, ne? Irrschenvianisch. So. Ich weiß gar nicht, warum ich kann, aber ich kann wahrscheinlich. Also meine Vermutung. Oh, ja, das ist richtig schon teuer. Einen Tag passt nicht so viel. Ich glaube, da haben wir schon wesentlich größere Tanks gehabt. Und sogar LKW Euro Truck Dingens Karriere. Die Pfosten sehen unnatürlich aus. So. Blau. War vorbei, war vorbei. Aha. Oh Gott, was ist das denn für einer, ne? Der ist so langsam. Naja. Was jetzt wisst ihr auch, warum, wenn mal nichts kommt, fall ich mal denke. Ich habe so viel aufgenommen, aber habe ich gar nichts aufgenommen. Dann gehe ich irgendwann mal YouTube-Kanal, merke. Ah, das ist ja schon ganz lang nichts mehr gekommen. Scheiße. Ich werde jetzt auch, nachdem ich den Auftrag beendet habe, ganz aufgenommen, Pause machen. Rändern, hochladen und während ich dann hochladen, gleich weiter aufnehmen, damit ich dann wieder ein bisschen was auf vor Ort habe. Mal gucken, ob ich das heute schaffe. Also, ich glaube nicht, dass ich es schaffe, bis zum ersten Ecke wie heute noch, aber ein bisschen weiter soll ich es doch noch schaffen. So, ja, mal. Ich werde heute noch bis 50.000 aufnehmen. Ich denke, das ist ein mögliches Ziel. Ähm, und ich muss unbedingt die Sicht wechseln, ne? Ich sehe erst 5 Zentimeter vor dem Autobahnkreuz, dass ich abbiegen oder geradeaus fahren muss oder was. Ich habe nicht mal gewusst, dass das Auto abkreuz ist. Das wäre ja auch eine ganz normale Kreuzung sein können. Ja, Kreuzung auf der Außerbahn. Ihr wisst, was ich meine, diese kleinen Abbiegungen da. Ja. Genau so wollte ich das sagen. So unten ist es anders. Und ich werde das schöne Geräusch, wenn man rechts auf den Streifen fährt, was ziemlich nervig ist. So, wir werden von 110 fahren. Und ich glaube, jetzt wird es zu Problemen kommen. Ich glaube nicht, dass uns Eurotakt das durchgehen lässt. So, wahrscheinlich gleich der nächste Unfall. Ja. Das könnte natürlich dran liegen. Ich kenne mich da jetzt nicht aus. Damit LKW wir nicht so schnell fahren dürfen, ne? Ähm. Ja, vielleicht steht irgendwas noch zum LKW drauf. Da, glaub. Da, glaub. So, irgendwann, dass ich nicht ganz begrenzt und draufstehen. Immer irgendwo im Real-Live steht immer drauf, ne? Wenn man dann einmal hier im Eurotaktion oder braucht, ne? Warum soll ich denn da draufstehen? Ich bin die Geschwindigkeitsbegrenzung. So, Landstraße, sagt er. Bisschen da? What? Bisschen starr? What? So, ich fahr'n ihm 80? Oder 70? Boah, wenn wir auf der LKW fahren, aber nicht stelle, dann dürfte das noch passen. Also nicht schnell, schneller. Als ich sehr viel stelle. Ja. Da war natürlich wieder der schöne Moment. Raus, wie da meine Schwester rumschreit. Yay! Ich freu' mich. Seit... Vielen Dank.